Auf geht es zu einer weiteren Runde The Hunter Call of the Wild. Jetzt gerade hier in Afrika unterwegs und zwar auf Hasenjagd. Pünktlich zu Ostern schieße ich doch hier den ein oder anderen Hasen. Heute allerdings mit einer Challenge. Minimum mal auf 50 Meter abschießen, auf 100 Meter, auf 150. Und da hört die Skalierung, die Nullung auf und dann müssen wir noch einen machen auf über 300 Meter. Ob ich die Challenge schaffe? Ich bin gespannt. Also los geht's. Ich bin hier in Afrika in der Wohonga-Savanne. Und die Challenge ist, einen Hasen zu schießen auf über 300 Meter. Wenn dir eine Challenge einfällt, die ich im nächsten Video machen soll, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich sag mal, die Challenge, die auch mit am besten gewertet wird, die werde ich dann auf jeden Fall umsetzen. Ich hab, ähm, alle DLCs, von daher lass deinen Fantasien freien Lauf. Ich bin ganz gespannt, was da als nächstes kommt. Und dann machen wir mal hier auch eine Challenge nach der anderen. Da gibt's ja viele Möglichkeiten, um das Game noch ein wenig schwieriger zu gestalten. So, jetzt aber erstmal auf Hasenjagd. Das sieht doch schon gut aus. Drohendes Klopfen. Drohendes Klopfen, das ist aber ziemlich nah. Sitzt ja genau hinterm Busch. Da, 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 da. Da, da ist er, da ist er. 58 nehmen wir auch. Anlegen. Den ersten haben wir. Da liegt er. Jawohl. Genau, direkt in den Lungenflügel rein. Silberwertung gab es. Männlich, grau. Da ist er, der kleine Hase. Ostern fällt aus. Den haben wir. So, ausstopfen. Jawohl. Mitnehmen. Puh, okay. So. Next Challenge. 100 Meter. Okay. Oh mein Gott. Da muss ich ja gar nicht weit laufen. 150 Meter. 100. Okay, da sind mehrere. 130 Meter. Oh, das ist gut. Futtergebiet. Sehr gut. 120 Meter. Oh, das ist gut. Das, da habe ich doch jetzt die Chance für die gesamte Challenge. 94. Hier. 97, 98. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Da sind wir auf über 100 Meter. Dieser Mümmelmann ist dran. Zack. Und jetzt abwarten. Nicht weiter grob hinterher schießen. Die werden jetzt erstmal wieder fliehen. Oh. Oh, das war da. Da, 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 da. Och, der ist aber. Und da haut er ab. Na, vielleicht kriegen wir dadurch die Entfernung wieder hin. 150 Meter ist die Challenge. Jetzt ist er auf 120 und unsichtbar gleich für mich. Ui. Okay, die 150. Oh, die Schakal. Auf 150 Meter. Den nehme ich eben mit. Zack. Der zählt aber nicht. So, jetzt noch den Hasen. Oh, okay. Ich höre, ich höre. Ach du, ach du, ach du, ach du ahnst es nicht. Leute. Leute. So viele. Ach, das ist ja gemein. Ah, okay. Sie laufen weiter. Oder? Ach, das ist ja gemein. Und jetzt nur für die... Wie es zuckt in den Fingern. Okay. Aber das kriegen wir jetzt gleich hin mit 150 Meter. 140, 140. 140. 150. 150. Da ist auch einer im Gras. 150. Im Gras. Ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Ich glaub, ich hab ihn nicht. Zack. Aber ich glaub, den hab ich. Und zur Not den auch nochmal. Und eben nochmal markieren. 154 Meter. 50, 100 Meter, 150 Meter. Und jetzt über 300 Meter. Vielleicht seh ich ja hier schon direkt einen Hasen, der irgendwo hier oben rumläuft. Wenn man den überhaupt sieht. Tja, ihr Rammler. Damit habt ihr nicht gerechnet. Dass er hier in meiner Rammelhütte landet. Die verdammte Challenge hat mit 300 Metern leider nicht geklappt. Ist aber noch nicht beendet. Die wird im Multiplayer nachgeholt. Spätestens da sollten die nicht despawnen. Man sollte sie sehen. Auch über 200 Meter hinaus. Und dann wird die 300 Meter Challenge für den Hasen nochmal nachgeholt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Und schreib doch unten in die Kommentare mal, was die nächste Challenge für mich sein soll. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Oder auf Twitch im Livestream. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020